das ist die basis geben sie mir deckung wenn möglich ich suche die dokumente es 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 Was ist das? Nichts. Was? Fast! Fast! Give me cover! Lost the bastard! There he is! There he is! There he is! I lost him! They're over there! Grenade for you! Lost out of him! I got him! Grenade going out! Have a grenade! Lost in the rocket! On your feet! I don't see them! Get over there! 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 We can的en for him! We could have killed the enemy! We could have done with him! We could have caught him! Get over there! I've never had to kill him! Let's go! Ich denke, das war's. Bringen Sie uns zur Kathedrale, Kerz. Was the hell's going to be with you? I need to reach him. I can't... Soldier, fallen! Open it! I see them! Firing! We got to go. Stay. You're okay. I will take it to the left to the right place. Schönen Sie wieder an Bord zu haben, Kommandant. Kommandant-Verteidiger, Vizipilisten von Hanna aus der Stadt, die abonnierten. Das Vaterland, wir beschützt alle seine Möcke. Sie alle sind uns richtig. Und Sie alle werden von uns geschätzt. Böden und Erinnern, hier eine gerechte Sache nehmen. Jungs in den Koffi. Er ist eine Rechte, die in den Koffi. Das Vaterland, wir beschützt alle meine Menschen. Sie alle werden von uns geschätzt. Sie alle werden von uns geschätzt. Hartmann? Dieser Idiot! Halt an sich den Mund. Er hat seine Pflicht getan, wie wir vorhin. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Gut, ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Verflucht! in bewegung bleiben sie weiter da kommt noch mehr folter alles fertig treffer, aber die Panzerung hat geheilt erneut teuren der macht keinen Bucks mehr Peter, wir sind in der Unterzahl wir können nicht gewinnen halt's Maul, Verräter wir dürfen uns nicht ergeben wir müssen kämpfen wir müssen uns nicht ergeben Da war's! Alle verletzten! Da sind noch mehr! Durchhalten! Die Panzerung hat den Schuss einfach abgefasst! Wasserabwehr, Soldaten! 12 Uhr! Den Schuss fortsetzen! Zerstell, es geht! Und schon, der Kahn reißt sich für Stammen! Das Ziel ist erledigt! Feindliche Panzer nähern sich! Verdacht! Bringen Sie irgendwas zwischen uns und die! Ziel getrunken! Wie geht Stefan? Stefan geht gut! Vergewissert euch das noch an! Wir werden irgendwas tun! Wir haben uns markiert in Deckung! Schnell! Sind wieder Einsatzbereit! Schnell! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 To somewhere better Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.